Ihr habt euch ja eine tolle Ausgangsposition vor diesem Spiel geschaffen. Wie stellt man da jetzt so eine Mannschaft ein? Eher mit Spaß, mit Geht voraus, mit Freude oder vielleicht auch, wenn man den 1. FC Köln gesehen hat, haben sich zuletzt gerade gegen tiefstehende Gegner schwergetragen. Wie soll da eure Marschroute sein? Also wie genau unsere Marschroute sein wird, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen oder will ich auch jetzt noch nicht sagen. Aber eins ist klar, wir spielen zu Hause, Freitagabend am Millern-Tor und ich finde dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir nach vorne spielen. Also wir werden jetzt nicht in das Spiel gehen und abwartend sein und passiv sein, sondern wir spielen zu Hause, wir wollen dieses Spiel gewinnen und das heißt wir spielen nach vorne.